jetzt ist wieder so dunkel alter da brennt um einer das ist ja auch nett wer hat sich gemütlich gemacht hier ist wieder so eine komische mutter ich laufe hier hinten hoch und neben die leiter das ist gut ach so es ist da die waffe ja ich habe ihn platt gemacht ich helfe dir ja super hier ist das ding so super karte aktualisiert vorsichtig ist eine bärenfalle ok stimmt da bin ich ja vorne auch schon reingetreten und die müssen wir rumlaufen dahinten oder wo ist denn das nächste ja oder da ist sie geradeaus könnten wir theoretisch ja dann gehen wir da aber hier lang ich bin dabei so ich nehme natürlich die kurzen wege hier über die insel ich habe nämlich keinen bock dass zu lange wasser bin hier kleine wasserphobien im spiel da hinten geht schon weiter diese viecher sehen auch echt widerlich aus deinem wasser ach ja ich muss ja er drücken auch man das mit den zielen ist echt nicht so meins so gar nicht so einfach hier aber da ist wieder so was ist das denn was ist das denn was ist das denn oh ich wurde geschossen äh er hat äh er hat geschossen oh ja ich bin ich auch alter da war wohl doch einer von unseren gegnern den wir nicht berücksichtigt haben ich bin 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 ich